Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch einiges zum Dürren erzählen und euch leckere Inspirationen mitgeben. Mit dem Dürren kann man nicht nur Lebensmittel haltbar machen und konservieren, sondern auch leckere, gesunde Rezepte herstellen. Gerade in der heutigen Zeit, wo es immer mal heißt, schafft euch Vorräte an. Es ist wichtig, genügend Vorräte zu Hause zu haben. Es ist in meinen Augen auch wichtig, gesunde Vorräte, einen Teil an gesunden Vorräten zu Hause zu haben. Es gibt auch Möglichkeiten, gesunde Vorräte zu Dürren. Das Dürren gehört mit zu den ältesten Konservierungsmethoden. Schon seit der Antike wurden Lebensmittel durch Dürren mit Wind und Sonne haltbar gemacht. Durch Wasserentzug können Lebensmittel länger haltbar gemacht werden. Ihr wisst, mein Fokus, was die Ernährung angeht, liegt auf Frischkost, pflanzlicher Frischkost. Ihr könnt es auch hinter mir sehen. Ich habe hier mein Regal mit Mikrogrün und ich bevorzuge größtenteils wasserhaltige Lebensmittel. Aber gerade für Menschen, die zum Beispiel ihre Ernährung umstellen oder von Industriekosten wegkommen möchten, ist so ein Dürren oder ein Dürren von Rezepten von Vorteil, weil man kann sich wirklich gesunde Rezepte, gesunde Lebensmittel dürren. Die Industriekost, die wir im Supermarkt kaufen können, bestehen aus ungesunden Inhaltsstoffen, kaum noch aus wirklich natürlichen Lebensmitteln. Und so ist es von Vorteil, wenn man um das Dürren weiß und sich auch mal eine gesündere, dichtere Kost mit einem Dürrgerät oder auch mit der Sonne herstellen kann. Für gesundes Dürren benötigen wir echte, qualitativ hochwertige Lebensmittel, die Sonne und wenn wir saisonunabhängig dürren wollen, ein Dürrgerät. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu trocknen und zu dürren. Wir haben die Sonne, wir können mit einem Dürrgerät trocknen, wir können auch mit dem Backofen trocknen. Ich habe in den letzten 20 Jahren, seitdem ich mich mit Rohkosternährung beschäftige, alle Methoden ausprobiert und für mich ist es am effizientesten mit einem Dürrgerät zu dürren, weil man dann wirklich auch länger dürren kann. Man hat eine konstante Temperatur und kann dann auch mal zehn, zwölf Stunden am Stück dürren, was dann mit der Sonne nicht gegeben ist. Um uns einen gesunden Vorrat an Lebensmitteln mit Hilfe des Dürrens anzulegen, ist es wichtig, dass die Nährstoffe weitestgehend so weit wie möglich erhalten bleiben. Ist die Temperatur beim Dürren zu hoch, werden die Nährstoffe zerstört. Ist sie allerdings zu niedrig, kann es zu Schimmel oder Fäulnisbildung kommen. Licht- und baustoffempfindliche Vitamine gehen beim Dürren weitestgehend verloren. B-Vitamine haben so einen Verlust zwischen 10 und 40 Prozent, allerdings bleiben die Mineralstoffe erhalten. Wir können mit dem schonenden Dürren Obst, Gemüse, Gartenkräuter, Wildpflanzen, auch grünes Blattgemüse wie Wirsing, Palmkohl und Grünkohl schonend haltbar machen und uns auch einen gesunden Vorrat anlegen. Es gibt verschiedene Dürrgeräte auf dem Markt. Die Auswahl ist wirklich groß. Ich verwende seit einigen Jahren zwei verschiedene Dürrgeräte. Das sind kleinere Dürrgeräte mit sechs Dürrebenen. Den RevoTry habe ich in den letzten Jahren immer wieder empfohlen. Allerdings ist es aktuell so, dass er in diesem Jahr nicht mehr lieferbar ist. Anscheinend die Frachtkosten, generell die Produktionskosten sind so hoch geworden, anscheinend auch wegen der aktuellen C-Thematik. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen einige Mails bekommen, wo mich Menschen gefragt haben, ja, sag mal, dein Dürrgerät, dass du mir empfiehlst, das gibt es gar nicht mehr. Was kannst du als Alternative empfehlen, was ungefähr gleichwertig ist? Das Büso Dürrgerät ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Das Äußere besteht aus Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche und starken Wänden. Die Einschübe sind aus Edelstahl und daher sehr hygienisch, hochwertig, stabil und leicht zu reinigen. Das Büso Dürrgerät hat eine Edelstahl-Glastür, also besteht aus Edelstahl. Da ist so ein kleines Glasstück eingelassen. So kann man während des Dürrprozesses auch immer mal reinschauen und überprüfen, wie weit der Dürrprozess vorangeschritten ist. In diesem Dürrgerät wird mit einem horizontalen Luftstrom gedürrt. Das heißt, die Luft verteilt sich gleichmäßiger auf allen sechs Einschüben als bei einem vertikalen Luftstrom. So kann alles gleichmäßig getrocknet werden. Es gibt ein digitales Display, wo die Zeit und auch die Temperatur eingestellt werden kann. Es können bis zu 30 Stunden an Dürrzeit eingestellt werden. Wenn diese Zeit eingestellt ist, danach schaltet sich das Dürrgerät nach einem kurzen Piepen selber ab und die Temperaturen lassen sich von 20 bis 90 Grad einstellen. Das Büso Dürrgerät wiegt 9 Kilo. Die Maße sind 30 cm x 29,5 cm x 43,5 cm. Und ihr bekommt auf das Büso Dürrgerät 5 Jahre Garantie. Hier seht ihr das Display vom Büso Dürrgerät. Das ist ein Touch-Display. Seht ihr On-Off. Da schaltet man das Dürrgerät ein. Und dann seht ihr Temp. Da könnt ihr die Temperatur einschalten. Dann drückt man einfach auf Temp. Und dann seht ihr hier die Pfeile. Die könnt ihr dann nach oben oder nach unten bewegen. Also die Pfeile nach oben oder nach unten drücken. Und dann könnt ihr die Temperatur einstellen. 40 Grad. Das ist die beste Rohkosttemperatur. Also das lässt sich in 5er Schritten einteilen. Das niedrigste sind 20 Grad. Also von 20 bis 45 Grad. Das sind die besten Temperaturen, um in guter Qualität zu dürren und auch Nährstoffe zu bewahren. Dann können wir auch die Zeit einstellen bei Time. Da kann man auch mit den Tasten dann einfach nach oben und nach unten die Zeit einstellen. 5 Stunden sind jetzt eingestellt. Und jetzt kommen für euch rohköstliche, leckere Inspirationen, was ich jetzt in den letzten Wochen mit meinem Dürrgerät zubereitet habe an Vorreden, aber auch an Gourmet-Rohkost. Los geht's! Hier dürre ich gerade Sandornfruchtleder. Die Sandornbeeren habe ich draußen in der Natur gesammelt. Zu 400 Gramm Sandornbeeren kommen 400 Gramm Bananen, zu 200 Gramm Datteln. Dann habe ich noch etwas Vanille dazu gegeben und habe die ganze Masse hier auf vier Dürr-Ebenen verteilt. Weil ich gern das Dürrgerät komplett auslasten möchte, habe ich noch ein paar reife Bananen mit Scheiben geschnitten und dürre diese trocken. Hier habe ich eine Art Wrap für Apfelstrudel gedürrt. Für drei Ebenen habe ich einfach 500 Gramm Bananen, 500 Gramm Äpfel und zwei Esslöffel Flohsam-Schalen gemixt. Habe das dann hier auf die Dürr-Ebenen verteilt. Das Ganze habe ich nochmal getan. Ich gewinne dann sechs Wraps für leckeren rohköstlichen Apfelstrudel. Die flüssige Masse dieser Wraps gebe ich natürlich nicht auf diese Dürr-Ebene aus Edelstahl, sondern da gibt es noch die Dürrfolie. Die lege ich dann hier auf so eine Dürr-Ebene, gebe die Wrap-Masse drauf, verteile das Ganze mit einem Löffel und nach circa acht bis zehn Stunden kann ich die Wrap-Masse dann, die getrocknete Wrap-Masse von dieser Dürrfolie lösen. Und dann dürre ich das dann noch ein bisschen ohne Dürrfolie weiter. Da kommt dann von allen Seiten die Wärme ran. Hier streiche ich gerade Sanddorn-Fruchtleder auf eine Dürr-Ebene mit Dürrfolie. Ich habe das jetzt noch nicht ganz ausgestrichen, weil ich euch nochmal die Dürrfolie zeigen wollte. Fertig ausgestrichen kommt jetzt die flüssige Sanddorn-Masse ins Dürrgerät. Jetzt befindet sich fertig gedürrt im Dürrgerät Tomaten. Wir hatten ganz viele kleine reife Tomaten, so viel konnten wir gar nicht essen und da habe ich mich entschlossen, einige der Tomaten in Scheiben zu schneiden und zu dürren. So haben wir jetzt einen kleinen Vorrat an getrockneten Tomaten. Die können wir für Rezepte verwenden oder einfach so essen. Jetzt befinden sich im Dürrgerät gekeimte Saaten, Buchweizensprossen und Sonnenblumenkernsprossen. Die sind jetzt schon getrocknet. Ich habe immer einen großen Vorrat an getrockneten Buchweizen und Sonnenblumenkernsprossen da und kreiere damit verschiedene Rezepte. Hier habe ich Brennnesselsamen gedürrt. Ich sammle im August, September, Oktober immer einen großen Vorrat an Brennnesselsamen. Zu den Brennnesselsamen habe ich auch schon ein Video veröffentlicht. Das verlinke ich oben in den Infokarten. Ihr könnt noch bis in den November hinein Brennnesselsamen sammeln. Das ist eine tolle pflanzliche wilde Proteinquelle, die ihr kostenlos in der Natur sammeln könnt. Wenn es warm ist, trockne ich die Brennnesselsamen auch an der Luft bei kühleren Temperaturen. Und wenn ich eine größere Menge gesammelt habe, dann dürre ich das Ganze auch bei 25 bis 30 Grad im Dürrgerät. Das sind einige Gartenkräuter. Oregano, Rosmarin, Pfefferminz, Zitronenmelisse und Maggi Kraut. Diese Kräuter habe ich von einer Freundin bekommen. Die kann ich aktuell frisch nicht aufbrauchen. Also dürre ich sie im Dürrgerät bei 35 bis 40 Grad trocken und habe so einen schönen Vorrat an Gartenkräutern. Die Gartenkräuter sind jetzt fertig getrocknet. Die kann ich jetzt noch ein bisschen abkühlen lassen. Also sie sind ja jetzt nicht heiß, sie sind halt noch warm. Bevor ich sie in Gläser aufbewahre, lasse ich sie erstmal ein bisschen abkühlen. Und dann habe ich jetzt immer einen kleinen Vorrat an Gartenkräutern. In den letzten Stunden habe ich in meinem Dürrgerät dreierlei verschiedenes gedürrt. Ganz oben seht ihr Zwiebelstücke. Also wenn ich mal viele Zwiebeln über habe, dann schneide ich die Zwiebeln klein und dürre sie trocken. Die werden dann richtig trocken. Die kann man so in einem Glas aufbewahren. Und man kann dann diese Zwiebelstücke auch pulverisieren und hat damit leckeres, aromatisches Zwiebelpulver, um verschiedene Speisen zu würzen. Dann seht ihr hier noch Wraps. Das sind Tomaten-Paprika-Wraps. Dazu gibt es glaube ich auch schon einen Videobeitrag oder einen Blogartikel. Also das Rezept habe ich auf alle Fälle schon veröffentlicht. Ich verlinke es euch auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Solche Wraps habe ich immer mal auf Vorrat. Also es sind herzhafte Wraps. Da kann man zum Beispiel verschiedene Salate darin einwickeln mit einem leckeren Dressing. Und so hat man einen super rohköstlichen Snack. Ganz unten habe ich Sesam gedürrt. Also ich aktiviere ja Nüsse, Kerner und Samen. Da werden sie leichter verdaulich. Ich weiche sie ein verschiedene Stunden. Den Sesam habe ich jetzt sechs bis acht Stunden. Ich glaube so sieben bis acht Stunden eingeweicht. Bei Nüssen sind es meist 20 bis 24 Stunden. Also ich aktiviere meistens Mandeln und Walnüsse. Die trockne ich dann wieder mit dem Dürrgerät und bewahre sie dann in einem Glas auf. Und dann kann ich Mandeln, Walnüsse, aber auch diesen Sesam dann für verschiedene Rezepte verwenden. Ich bereite gerade einen neuen Dürrvorgang vor für das Büso Dürrgerät. Und ich habe mich diesmal für Leinsamen Cracker entschieden, die ich in größerer Menge als Vorrat dürren werde. Das ist hier das vierte Blech oder die vierte Dürrebne. Und da habe ich die zwei Sorten Leinsamen Cracker, Lauch Curry und Paprika hier mal zusammen. Die Reste auf die Dürrebne gegeben und das Ganze auch schon ein bisschen vorgeschnitten, sodass das nach dem Dürren gut auseinander gebrochen werden kann. Die Leinsamen Cracker habe ich über Nacht gedürrt. Von den drei Sorten sind zwei fertig. Rote Beete und, also Rote Beete, Meerrettich und Currylauch. Ich hatte ja noch die Sorte Paprika. Und die Paprika-Stücke enthalten mehr Feuchtigkeit. Die brauchen noch ein bisschen länger, bis sie richtig durchgetrocknet sind. Die Curry-Stücke wie auch die fein geriebenen Rote Beete, die sind einfach schneller durchgetrocknet. Und wenn man sich die Leinsamen Cracker auch so ein bisschen als Vorrat aufbewahren möchte, dann ist es auch wichtig, dass die Leinsamen Cracker richtig gut durchtrocknen, dass sie dann während der Aufbewahrung in den Gefäßen, in den Gläsern nicht schimmeln. Das sind getrocknete Apfelscheiben. Und das Trocknen, das Dürren ist eine geniale Möglichkeit, Äpfel haltbar zu machen, wenn man im Herbst eine Apfelschwämme hat. Wir haben von lieben Freunden von ihren Streuobstwiesen reichlich Äpfel bekommen. Und einen Teil davon werde ich jetzt in den nächsten Tagen trockendürren. Das sind alte Apfelsorten, die haben einen sehr intensives Aroma, einen säuerlichen Geschmack. Und das eignet sich sehr gut. Diese Apfelsorten eignen sich sehr gut zum Dürren. Das ist wirklich ein genialer, gesunder Snack, der auch in einem großen Glas oder in einer verschlossenen Box länger haltbar ist, wenn die Apfelscheiben gut durchgetrocknet sind. Mit einem Dürrgerät kann man leckere Gourmet-Rohkost herstellen. Hier seht ihr zum Beispiel mehrere kleine Pizzaböden. Und daraus kann man eine sehr leckere Rohkostpizza herstellen. Und so kann die fertige rohköstliche Pizza aussehen. Das sind einige gedürrte Vorräte, ganz einfache Vorräte oder auch zubereitete Gourmet-Rohkost, die sich länger aufbewahren lässt bis auf die Pizza. Die müssen wir heute auf alle Fälle aufbrauchen. Den Pizzaboden könnt ihr übrigens auch einfrieren. Den könnt ihr einfrieren und bei Bedarf auftauen, wieder trocken dürren und das Ganze nach Herzenslust belegen. Nochmal aufwärmen und da habt ihr jederzeit ganz schnell eine rohköstliche Pizza. Wenn ihr euch für das gesunde Dürren interessiert, generell für das Haltbarmachen von Lebensmitteln und noch mehr Inspiration braucht und pflanzliche, gesunde Rezepte, dann kann ich euch mein E-Book Dürren leicht gemacht empfehlen. Ihr findet den Link zu diesem E-Book unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ihr Lieben, wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne unter diesem Video Kommentare zum Dürren. Ist für euch Dürren relevant? Habt ihr überhaupt ein Dürrgerät? Oder könnt ihr euch vorstellen, euch ein Dürrgerät zuzulegen? Was würdet ihr gern dürren bzw. was dürrt ihr aktuell, wenn ihr schon ein Dürrgerät in eurer Küche stehen habt? Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.